Wir sind hier auf dem Löwenplatz in Wetziken in der Stadtmitte und gestalten sie miteinander attraktiver. Gestern haben wir hier eine Plaudertasche gemacht, heute machen wir hier die Schwäzbäse miteinander. Es soll eine Mitmachaktion sein, dass sich viele Wetziker daran beteiligen und so miteinander unsere Stadtmitte aktiv und kreativ gestalten. Plaudertasche und Schwäzbäse hier in der Stadtmitte in Wetziken, wie kommen ihr auf die Idee und was bringt euch dazu, das mit uns zu machen? Ja, die Ausgangslage war, dass wir etwas machen mit den Interessierten zusammen, die Lust haben zu schrauben und zu arbeiten. Und es soll um Austausch gehen und sich treffen. Und darum ist meine, Plaudern ist Austauschen. Darum sind wir auf die zwei Geschöpfe gekommen. Ja und der Schwäzbäse haben wir gedacht, auf der einen Seite Schwäzbäse und auf der anderen Seite Plaudertasche. Somit ist immer Kontakt gewährleistet und manchmal muss man ja ein wenig weiter rufen, dass man in Kontakt kommt, aber man kann auch in diese Figuren rein sitzen und dann kann man ganz untereinander etwas diskutieren. Und das war eigentlich die Idee von diesen zwei Figuren. J however, es war ernst. Ja. Ja. Hei, so. Oh, Plauder, bludder, bludel, bludel, bludel. Oh, pop, 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 pop. Echt? Es ist ja malade, ich hoffe, ich habe zu machen. Oh, bludel, bludel. Hey. Hei, hei. Hier ist eine Plaudertasse in ihr aufz. Bluder und plauder und erg Worten. Boeih, oh. Oh, pop, 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 pop.